Musik 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 Wie bist du hier? Ja, das war eine gute Idee. Wir sind hier ein Buss. Wie bist du hier? Ja, es war ein Buss. Es gab eine gute Idee. Ich bin hier in der Stadt. Wir sind hier, um die 00-07-2011. Wir sind hier in der nächsten Buss. Was ist das für heute? Wie war es für heute? Wie war es für heute? Ich war es für heute. Sie sind sehr gut. Hast du dich noch ein paar Jahre lang? Nein, ich bin noch ein paar Jahre lang. Ich habe noch eine Rehearsals in Niemann. Ich bin sehr gut. Sie sind sehr gut. Was ist das für heute? Was ist das für heute? Was er noch überrascht? Sie haben sich gut gemacht, aber ich habe etwas gemacht. Ich habe noch einen guten Tag in die Ereignisse. Sie haben uns am 13 Jahre lang in die Ereignisse. Sie haben einen guten Tag in die Ereignisse. Wir sind auf die Ereignisse. Wir haben uns einen guten Tag in die Ereignisse, Das ist ja so. Aber es war ganz gut. Es war ein bisschen woanders, dass man eine Film hat. Es war ein bisschen schwierig. Es war ein bisschen schwierig, es war ein bisschen schwerer. Es war ein bisschen über das Thema. Das war das Thema. Du hast es ja auch viel Zeit. Du hast es geholfen, und du bist ein bisschen im Englisch. Genau, das ist ja. Du bist ja noch ein bisschen. Du bist ja auch.